3, 2, 1 Willkommen zurück zu der See, 19 Uhr Da lacht er erstmal hier bei 19 Uhr Ja sicher Denn wir sind hier wieder, wie man es sehen kann, auf der Gefängnisinsel hier Und du hast Spieler gesehen, meinst du? Moin, ich hab Spieler gesehen und die sind... Okay, ich soll wieder nochmal reden Da, wo wir hier letztes Mal einen Fight hatten, bei den Baracken, da waren gerade zwei Also du bist oben auf dem Schornstein, kannst du dich mal vielleicht kurz zeigen? Ja, ich sehe, wo bist du denn auch, du? Ach da, alles klar, perfekt Ich bin auch im Gefängnis, an dem Zaun Ach so Ach, da hinten ist er, ey Und von da oben siehst du quasi, da hinten rein und da sind zwei Leute Genau, einer mit dem türkisen Backbett und den einen hab ich nur vorbeirutschen sehen, Leute Okay Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Wir könnten warten und die abfahren Oder wir könnten hinpushen und, ja, weiß ich nicht Und mit einer MP5 auf Entfernung ist halt nicht so geil Zum Glück geht das ja ganz schnell hier Aber ich hoffe, mich sieht keiner Und die haben dich vielleicht oder auf jeden Fall gesehen? Naja, also Schon wahrscheinlich, oder? Die Möglichkeit besteht, dass sie kurz hochgeguckt haben Aber es ist nicht immer den Sicher, aber ich denke mal, die haben mich nicht gesehen Also von hier, weißt du hier, wo ich jetzt gerade bin? Ja Das ist ziemlich nice, weil du da, kannst du auf die andere Seite gehen vielleicht? Ja, hinter diesen Truck vielleicht? Aber dann können wir die nämlich auf der Brücke holen, sozusagen Ja, hier sehe ich mich, guck alter, nice Der ist oben im Fenster mittleren Oh shit Ja, nicht, dass er geuntergafft Okay, der eine ist ganz unten, er ist ganz oben Im mittleren Fenster Alles klar Ich glaube, die müssten gleich zu uns kommen, ne? Ich muss erstmal hier auf vollautomatisch stellen noch Und dann ist das wieder verkacke Richtig, ich komme auf deine Seite Nein, ich guck doch gerade Jetzt wüssten die nicht, dass wir hier sind Die rennen aber noch nicht hier raus irgendwie Ich glaube, die warten jetzt ab Vermutlich, doch, da kommen sie Ne, oh, die rennen raus, die rennen raus Das machen wir Aber Schießen, oder? Anders geht's gerade Oh Gott, die sind auf der Brücke Die kommen zu dritt Was soll ich machen, Bro? Okay, die wissen, dass wir da sind Ja, tun sie Haben mich getroffen, ich muss mich verbinden Ich gehe ins Prison Okay, ich hätte noch mal eine MP5 Die ist aber damaged Ja Jetzt sind wir natürlich in der Mausefalle Jetzt haben wir ein bisschen verkackt, muss ich gestehen Ne, alles gut Alles gut, meinst du? Aber die wussten, dass wir da sind Das ist echt kacke Die versuchen hier reinzuschießen, oder? Ja, aber ich wüsste nicht von wo Also ich kann relativ gut oben aus dem Fenster gucken Aber ich sehe niemanden Und die könnten sich theoretisch auf diese Offiziersbaracken legen Setzen, wie auch immer Ja, was machen wir? Wollen wir einen Gag vorlesen? Oh, einer guckt hier an Oh, hast du gesehen? Ja, ja Wollen wir mal einen Gag vorlesen, bevor es hier losgeht? Oh, Bro, mach keinen Shit, Alter Nicht, dass du stirbst So, links oben ist dieser Gilly Ja, Gaff, Alter Auf, auf, Tür Oder nicht, auf, auf, Tür, oder? Auf, auf, Tür, ja Tür ist auf Auf, auf, Tür Oh, fuck me, Alter Pusht er? Ja, er wollte pushen Wir haben noch 13 Schuss in der fucking Waffe Yo, hey, buddy What's up? Die wollen uns, Bro, die wollen nicht reden Ich aber Einer hängt da ganz hinten jetzt rum Vielleicht eigentlich unsere Chance zu pushen, ne? Ich will nichts riskieren, ehrlich gesagt Ne, ich auch nicht Lannst du es mal aushalten Hier ist es nur einer? Mit einer Pumpgun? Du musst dir so einen Trick geben wie der Elektro Weißt du, warum wir aus dem Fenster gesprungen sind? Ja Das wäre nice Das nervt dich wirklich ein bisschen an dem Gebäude hier Oh, ja Dass es nur One-Way ist Und zwar da vorne durch die Tür One-Way-Tickets quasi Oh, 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 oh Wie sie da zu zweit stehen Ja, ja Alle beide und nur drauf warten Wurde gehittet? Ja, ich hab's gesehen Oh, shit, hab ich dich erwischt? Ne, 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 hast du nicht Ne, alles gut, alles gut Ich hab's ein bisschen verkehrt Ich nehm die Pisse Ich bin mit der Pisse besser Alter, ich müsste re-loggen, ne? Oh, jetzt geht's wieder Mein Inventar geht wieder Hab ich ihn erwischt? Das müsste er gewesen sein Ich bab rum Vielleicht einfach mal passend zu unserer Situation Gag von Patrick Wie heißt ein schwedischer Türsteher? Weiß ich gerade nicht Lasse rein strömen Naja, lass sie wirklich mal rein strömen Ja, lass sie mal rein strömen Oh, oh, er piekt Und an der Ecke, ja? Ja Grüße genaus an Patrick Äh, ein bisschen angespannte Grüße gerade Bisschen angespannte Grüße gerade Aber hey, immerhin Immerhin Grüße, oder? Auf jeden Fall Mein Gag kann ich gerade nicht vorlesen Sonst muss ich die Treppe kurz ausnahmen lassen Soll ich kurz Brätze tauschen? Ja, wäre geil, wäre geil Okay, ich hatte auch einen Witz Und es ist da von Raziel 1LDK Er schreibt Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? Natürlich Kugelschreiber, oder? Wow Grüße genaus an Raziel auch Willkommen in der Mongo Willkommen hier bei uns Hier bei uns, genau Willkommen hier bei uns Und, äh Wow Wer gut dann will Sagt einfach Bescheid Kleinen Gag in die Kommentare ballern Los geht's halt Also ich hab da noch keinen Echt nicht Pass auf, pass auf Na was? Ich war schon hinter der Ecke, Mann Bist du tot? Ja, ich bin tot natürlich Und nicht unconscious Ne, ich bin durch die Decke gefangen, glaub ich auch Wo lieg ich da oben noch? Alter Alter, du sitzt so hart am rumwagen Alter Hallo Oh, oh Hallo Hallo Oh, no Oh, hey Oh, hey, man Yo, was up What are you doing here? Ja, I meet friends Uh, happy night with you You're alone Yo, what's up Oh, thanks buddy I already got a Glock I have a Glock too Thank you Whatever Do you want to join us? No, no China Uh, why? Why don't you want to join us? I mean I am Brazilian Ach so Was meint er? Er hat China verstanden No, I mean Do you want to join us? Team up? Ah, yeah Yeah, okay Ich geh mal zu unserem Todespunkt Ah, ich komm mit Er schießt? Keiner Ja, er, aber er macht Spaß Wahrscheinlich Spaß in dem Game, oder? Ja, wahrscheinlich Spaß, oder? Scheiße, sind wir nicht hier runtergefallen? Ist hier noch ne Waffe, oder so? Also ich bin in den Raum gebackt, glaub ich Aber ich hab auch nichts gedroppt hier in dem Gebäude Dein blöder Gillykopf liegt hier noch, der stinkt bestimmt noch Ah Yo, buddy, it's you, it's you Hallo, eh, Amy Ist es er? Ja, ist es er 9mm gehen da normalerweise rein Ja, ja Die Star-Ausstoß, glaub ich, meheviel Schuss Okay, also Smeg ist da jetzt drin Sick Der Glock ist echt nice Ob der wirklich funktioniert, äh, werden wir sehen Klar, Mann Na klar Ist die Insel wieder uns, meinst du? Ja, nicht ganz, ne? Ja, ich töte ihn gleich, okay? Ist nicht die Reis, was ist er überhaupt? Kein Plan, ich geh zurück zur Brücke Was, was machen wir jetzt noch? Achso Wenn wir eh ohne ihn weitergehen Wir können natürlich mit Wir können ihn natürlich mitnehmen, ne? Man wird immer neue Leute kennen Was meinst du? Da ist er wieder Ja Aber wir haben zwei Optionen Entweder ist er uns verloren gegangen im Prison Oder wir nehmen ihn halt mit Oder wir töten Ja, das meine ich damit Achso Was sag du Er ist von Brasilien, ne? Goodbye, man Why? Where do you want to go? Äh, come on, come on Come on, come on, come on Come on, Balota Balota? Yeah, I look down What do you want there? Oh, ist so nett Ne, ich bring sie hier über das Herz Naja, ist echt zu nett, hast recht 3, 2, 1 Naja Komm My friends, I need to help Oh Your friends need to help in Balota Really? Yeah Let's go We can help, man No problem Wahrscheinlich hat er irgendwie so 3 Freunde Ja, ist echt so, ne? Wahrscheinlich hat er so 500 Freunde Dann Wir kommen so Balota rein Einen Schritt Und direkt so Dauerfeuer Um uns so Schwachen Loot abzugehen What's going on? Der endt so komisch Sieht so komisch aus Bei ihm Naja, egal Gehen wir mal nach Balota Wenn wir jetzt da noch Actions brauchen Hat man echt eine Folge Scheiße Was los? Wo ist denn der jetzt hin? Der rennt halt weiter Was meint der? Hä? Jo hey Let's go Front, Front Was? Front Vielleicht Vorne in Balota Achso Ach guck mal da steht auch so ein Turm hier in Balota Ne? Die ganze Zeit shift drücken ist halt auch scheiße Ja, meine Haaren schnippt an Ja Ich merke schon gar nichts mehr in meiner Hand Er ist abgestorben schon von Lizzie Die ganze Zeit come on, come on Ich bin misstrauisch, Alter Ich bin wirklich gerade sehr misstrauisch Ja, ich auch Dein Busch Dein Busch, dein Busch hockt was Dein Busch hockt was Hinterhalt, ist glaube ich ein Hinterhalt, oder? Ja, da ein Busch hockt was Drecks Ach Hab ihn Da sind noch mehr, da sind noch mehr, da sind noch mehr War das jetzt ein Hinterhalt von ihm? Ja, ich sterb gleich Scheiße, von wo? Ich weiß es nicht War das ein Spieler gerade vor mir? Ich bin mir unsicher Ich bin ein Bursch, ich muss mich bandagieren Mach das Mein Herz ist rot und blinkt nach unten Und wenn ich es gleich einfach umkippe Hat er uns erst in den Faller gelockt gerade? Was sagst du dazu? Gerade noch mal gar nichts Gerade hoffe ich einfach, dass es jetzt sofort aufwärts zu blinken Okay Boah, Drecksack, Alter Ja, okay, eine haben wir immerhin Das sind verdammt viele viele noch, ne? Ist ja hoffentlich klar Du hast ja also mindestens einer ist da noch irgendwo Ich bin im gelben Haus auf jeden Fall Wenn du mich suchst Ich hab keine Munition mehr Welche brauchst du? Neun Millimeter? Ja Ich glaub hinter dieser schwarzen Scheune ist noch einer Bin mir einfach nicht sicher Einer läuft im gelben Haus, bist du das? Ja, ich, ja Blauen Helm? Ja Hier hab ich vorhin was gesehen, aber er ist verschwunden Wahrscheinlich hier rein, oder? Geht's auch alles safe Wo bist du? Äh, bisschen Richtung Palotter Stadt An den Schienen An dem Busch Ich glaub, ich hab den Gänsehaut gerade Ja, ich nicht Ja, ich bin mal an der Front, ey Ich glaub, am Netz ist einer Ne, doch nicht Weiß ich, ich seh niemanden Du, ich gerade auch nicht, aber Lass mal lieber zusammenbleiben Also ich muss hier warten, bis ich geheilt bin Sonst kann ich nicht rennen Weißt du noch, wo die Leiche ist? Irgendwo, ja Na hier, ich seh sie Lug die kurz Uff, alter Hat ja viel Shit dabei Wieso hab ich das gehört? Bist du hier? Ja Alles klar, erstmal chill Nichts anliegen, ne Ist ein bisschen scheiße Also Glockenwerk, 9mm kann ich brauchen Oder Hier, 9mm 11 Schuss Alles nice Ah ja, danke Oh, du bist echt hart angehittet, oder? Ja, ich seh ja Ach, der Bro hier kurz vorm Sterben so Da muss ich natürlich auch mal ein oder anderem Screenshot machen, oder? Ich weiß gar nicht, warum die mich nicht gefinisht haben, ehrlich gesagt Aber ich sie konnten wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht Also dem einen Typen im Busch, den du dann gefinisht hast Dem hab ich ordentlich gegeben mit der Glock Und dann wurde ich aber von irgendwo anders beschossen Das ist natürlich Und unser Kollege, der eigentlich Nicht unser Kollege war Ist einfach durchgerannt, ne? Ist einfach durchgerannt, ja Naja, ist einfach durchgerannt Was soll das denn? Egal Filmst du das hintereinander? Ja, ich hab mir auch ordentlich gegeben Ich weiß auch nicht, wie die Chars das hier machen Braucht sich doch rein, da rein Ja, sicher, sicher Nicht bewegen Oh mein Gott Er hat eine Waffe in der Hand Was ist los, ey? Was hast du dich angegriffen? Ne, ich hab ihn angeschossen Was? Warum ist das gerade eskaliert? Weil ich ihn angeschossen hab Glaubst du, ich vertraue ihm? Ne, natürlich nicht, aber Ich hab ihm dreimal mit der Glocke gegeben So, juckt ihn null Noch ein Treffer Juckt ihn immer noch nicht Der andere ist abgehauen, oder was? Ich glaub, der andere wartet jetzt auf einen guten Moment Und killt uns noch mit einem Messer Ich check mal die Lage Ja Oh, ich muss ihn mal kurz looten Macht das, macht das Bin in der Nähe Hier liegt einer im Busch drin, oder was? Was ist denn, ist das eine Waffe? Alter, er hat mega viele AK-Mags Vor allem, stopp Warum kommt der jetzt von da hinten plötzlich? Was hat er gemacht? Kein Plan, Alter Badly damaged Auf der Schiene kommt der pinke Typ wieder mit der Capi Welche Richtung? Ja, vor mir Richtung Sharon Ich weiß nicht, was mit ihm ist Ob man ihm vertrauen kann Natürlich nicht Ich glaub, hier kann man, glaub ich, gerade niemandem vertrauen Weil es ist echt ein bisschen Kritisch hier, du Muss man sich einfach mal eingestehen Dementsprechend Willkommen zurück Achso Wollen wir zu den Felsen da rechts? Ne, ich bleib hier liegen Hey, it's me Ja, it's me Als wär nix gewesen, Alter Komisch, dass er nicht angegriffen wurde, ne? Ja, ja Wie sie weiterläuft, so Komisch, dass der aus dem Busch ihn nicht angegriffen hat, ne? Ja Da hinten läuft wieder ein Bambi rum Richtung Steine Ja, ich seh's Also entweder will er uns an die Gurgel Oder der spottet für seine Kollegen, Alter Alter, guck zu, dass du bald wieder fit bist, ne? Ja, ich kann wenigstens ganz gut Ausschau halten, ohne dass man mich gut sieht Ja, ich seh' dich echt gerade nicht mehr Das ist Bambi, ne? Er beobachtet uns Als würden wir ihn da wegsnipern wollen, jetzt Ich glaub, das ist nicht mal seine, weißt du? Intention, sondern eher, dass er uns echt beobachtet Naja, jetzt wo ich gelb bin Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock hier noch länger rumzulegen Irgendwann reicht's auch Wir versuchen das Bambi abzuchecken Was uns die ganze Zeit spottet Ja Ja, guck mal Achso, bist du noch hinter mir? Ja, vor dir bestimmt nicht Ich will nicht sagen, die haben wir weggewichst, aber Na, wie viele haben wir jetzt eigentlich geholt? Zwei, oder? Den im Busch und dann den Brasilianer Und der dritte, der auf uns geschossen hat, der ist verschwunden Komisch eigentlich Der dritte, der auf uns geschossen hat? Ach ja, genau, ja, richtig Also da waren definitiv mehrere noch Genau, also ich wurde ja auch noch beschossen Und das finde ich eher im Busch Ne, eben nicht, ne? Ja, ne, eben nicht Leicht erkältet, aber für ein bisschen Outro Und diese Folge hat's offenbar gerade noch gereicht Bisschen durchwachsen gewesen auf dem Server Aber leider haben wir im Anschluss Das Bambi und auch sonst niemanden mehr getroffen Deshalb geht's an dieser Stelle Erst im nächsten Video weiter Bis dahin Sonntag 19 Uhr